Musik Der Allgemein wurde deaktiviert. Achso, ich verstehe. Okay. Ein Kinderspiel. Ist da oben irgendwas? Stirb. Jetzt war das die Waffenkontrolle, ne? Kansichlich. Die muss ich jetzt mit einem Blastpack zerstören. Okay. Jetzt will ich doch mal die Shutdown. Den Kuppler brauchen wir nicht mehr. Äh, Waffenkontrolle. Ich hab sogar drei Blastpacks. Sheet. Kannst du hier nicht verwenden? Hallo? Achso. Zielzone New York. Uiuiui. Ziel erfasst, systembereit? Nein. Ah. Zielsystem gelöscht. Speicher zerstört. Selbstzerstörung. Ähm. Alarm, einbringlich. Jetzt will der rein. Exzellente Arbeit, Captain. Wir haben den Würgegriff des Konsortiums gelockert. Zumindest für den Moment. Das Konsortium muss mit allen Mitteln daran gehindert werden, seine Pläne zu verwirklichen. Deshalb ist eins wichtig, die Zerstörung der Überwachungsplattform. Unseren Wissenschaftlern zur Folge ist das Kühlsystem der schwächste Punkt dieser teuflischen Konstruktion. Sie finden es in der Techniksektion auf der Ebene 9. Wenn dieses Kühlsystem beschädigt oder zerstört ist, dann wird der Lithium-Energiekern schnell zu großen Schwierigkeiten führen. Auf jeden Fall werden Sie nur sehr wenig Zeit haben, um auf Ebene 12 die Kapsel zu erreichen, mit der Sie fliehen können. Ich wünschte, es gäbe eine andere Möglichkeit, um das Konsortium auszuschalten, Captain. Wir zählen auf Sie. Alles Gute. Max ist aus. Ah, es war das Kühlsystem, genau. Ah ja, jetzt. Schnell den Alarm wieder ausschalten. Gebi, geht sicher. Was ist da drin? Ah? Was ist denn? Achso, das war seine Leiche. Ich will doch nur die Keycard haben. Gib mal die blöde Keycard. So. Alarmstufe Alpha beendet. Denk ich im Gebiet ausgelöst. Alarm war Resultat einer schlechten Netzwerkverbindung. Ich bin eine schlechte Netzwerkverbindung. Ich habe immer noch Eierklar. Hallo, ho, ho. Das ist echt krass, hey. Das ist echt krass, hey. So. Ich will jetzt ja nicht schauen, vielleicht ist jetzt auch die, der Strom für Desttal kaputt. Der wird jedes Mal auf, aufgeweckt, der Roboter, wenn ich hier vorbeilaufe. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Weil ich ja meine auch. So. Oh, zwei Haften, die sind so unauffällig versteckt. Der hat jetzt da irgendwie den Alarm angeschalten? Oh, zwei Haften. Oh, drei Haften. Oh. 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 Verbestückt. Braucht's ja nicht mal mehr Veterans oder anderen Mechster. Eigentlich halt die normalen Soldaten aus. 773. Äh. Weg von der Tür. Was ist da? Mech? Ein paar Kunstwerke? Es tut mir leid, dass ich so viel Speicher habe. Aber das ist echt nötig. Man hat ja vorhin gesehen, was da relativ schnell passieren kann. Ja, badabadabadabada. Nachladen. Nachladen. Sag mal, spawnen die da grad? Kann ich die grad eben spawnen sehen? Die spawnen da. Die spawnen. Die blöden Ärsche. Solche verdammten Böcke. Weg von diesem Spawnenden. Waaah. Oh. Health Packs zum Glück. Lithium-Kernebene 9. Ei, 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 ei. Ich glaube, ich habe noch Energiezellen. Acht Stück, das ist okay. Oh Mann. Sag bloß, sie spawnen jetzt da auch noch. Ist irgendwie Alarm an. Nicht einmal das. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Kann mir die scheiß Tönant irgendwie wieder zumachen? Ja, ich kann nicht steppen. Jetzt geht es bestimmt nicht mehr. Doch. Ein Glück speichern, hey. Wo bin ich? Da bin ich. Jetzt geht auch da mit der Munition langsam zur Neige. Moment. Da wenigstens wieder Munition. Okay, da oben kommt aber auch schon wieder einer. Den kann ich so nicht killen. Ob ich die blaue Keycard? Ich glaube es nicht, ne? Zugang verweigern. Ungültige Taten. Ha. Vorsichtig vorarbeiten. Da ist ne Kamera. Fünf Shuttle-Munition. Ja, göttelig. Das ist auch noch okay. Mit Madpacks habe ich noch. Siegelstück. Das ist auch noch okay. Eine Ebene noch. Okay, da kommt immer ein Raketenwaffer raus, deswegen verpisse ich mich da. Was ist da? Raum zum Verstecken? Ich die gelbe Keycard. Die wollen mich echt nicht auf ihrer Plattform haben zu mitspielen. Ui, das ging fix. Oh, ich hab sogar einen Laser kaputt gemacht. Äh, Alarmstoffe Alpha beendet. Bla bla bla, das haben wir schon. Ich hab volle Shuttle-Munition. Jawoll. So. Kann man jetzt Kraft füllen? Genau. Reaktivieren. Kamera hat nichts gemacht. Effektiv. Ey. Ey. Einer von unseren Zuschauern hat gesagt, dass er diese Mission auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt hat. Ich beneide ihn nicht. Öh? Okay. Zugriff auf Verbindungsleitung. Ah ja. Also den spawnenden Typen vorliegen fand ich echt absolut fies. Da hat man richtig sehen, wie er plötzlich mitten im Dings aufgetaucht ist. Ja, hallo? Wo bin ich? Ich hab mich grad nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall bin ich anscheinend saugut ausgewichen. Ich verliere langsam den Verstand, Leute. Ah, Tür zu. Was ist denn das denn? Ist das auch ein Aufzug? Nix. Okay. Wieder mal ein bisschen backtracking. Ich, ich, äh, ich, ich pack das nicht. Das ist so derb. Ich kann man nur so ein Arschloch als Zalzentwickler sein. Komm her. Ich fötz dich. Kommt der Bob? Doch, hoch? Ja. Nein. Ja, nicht selbst durchbringen. So. Ich habe noch 5 Mad Packs. Für den Fall der Fälle 6 Mad Packs. Da habe ich gerade eben noch eins gehabt. Okay, einfach weiter. So, was erwartet uns da für Horror? Ist da irgendwie so ein doofer Laser, der bietet sich hier gerade an. An der Stelle. Hm. Äh, erst einmal den Computer anschauen. Netzwerk bei Sicherheitskapitel, blablabla. Okay. Ja, wie viele denn noch? Spawnen die jetzt auch schon? So, einfach weiter. Äh. Ja. Ich habe gerade noch gedacht, ich bin tot. Zwischen ganzen Explosionen sehe ich mal einen Mauszeiger immer nie. Ach. Ach. Äh. Stirb halt einfach so. Jetzt machen wir es jetzt auf die richtige Art und Weise. Der hat, der hat seinen Kollegen geschossen. So. Einmal. Zweimal. Zweimal. So. Du blöder Arsch, ne? So. Nachladen. Nachladen. Mhm. Ist das eine Raketenwaffe oder sowas? Na, macht jetzt eh keinen Unterschied mehr. Ich saaalte Speich... Speichern. Ich drehe echt gleichsam durch, hey. Oh, die haben sich lieb. Hallo? Sie spawnen jetzt hier plötzlich auch. Direkt vor mir. Äh, äh, äh. Dich hab ich gesehen. So. Ich wette, ich kann. So. Seh mich echt schon durch Wendel. Oh, voll die Mid-Picks. Genial. Leben. In 2er kann man wenigstens geduckt vorwärts laufen. Ja, da hat der Silencer ein paar neue coolen Loves drauf. Wie zum Beispiel in Bienen reinlaufen. Ach, das kann ich jetzt schon. Ähm. Also langsam kriege ich vielleicht die Krise hinter jeder Scheißtür. So zwei Stück. Zwei Solatrons. Ich bin da jetzt rein. Abwehrsysteme aktiv. Halten sie sich zu sicher 10 Meter entfernt. Von wo? Da. Okay, Schluss mit den Spielchen hier. Ja, ich sterbe jetzt sowieso. Ähm. Ich war da oben. Äh. Es tut mir leid. Kurzer Schnitt. So. Da sind wir wieder. Das mal speichere ich hier mal kurz. Und stell mir auch so hin, dass ich die direkt dann beschießen kann. Das ist, glaube ich, eine gute Ausgangsposition. Vielleicht sogar mittlerweile so. So. Den haben wir. Der zweite Kumpel auch. Och, da ist da noch der dritte. Ich bin ein Idiot. Also. Die Kurve, ja. Seit der letzten Mission. Wo dieser Schwierigkeitsgrad angezogen hat. Ist echt unmenschlich. Das ist auch noch schildgeschützt Ich denke, ich muss da eh nicht lang Gut, wenigstens geht das kaputt Ich wette, kommen wieder zwei Zwei Retrons und zwei Solatrons raus Oder sowas So Ich habe ja eigentlich, das habe ich nie genutzt So ein komisches Schild Ja Aber Ich habe es mir nie eingesetzt Weil das halt immer so viel an der Energie zieht Das ist mein eigentliches Ich verstehe das hier nicht Kontrolltermine wegen des Sicherheitsalarms Der Stufe Alpha sind die Abwehrsysteme der Technik jetzt aktiv Halten Sie sich zur Sicherheit Zehn Zentimeter Zehn Meter entfernt Zehn Zentimeter Ich bin ein Grattler Okay, ich muss diesen Computer verwenden Ich bin zuerst geschossen Mit der Arsch So Da kommen sicherlich Mechs raus Ah, aufgrund der Kapität ist es ein längerer Aufenthalt im Abschirmungsraum nicht empfohlen Kommt da noch einer Kommt da noch einer Ich mache das jetzt mal ganz kurz Ich will mal wissen, wie viele da wirklich kommen und ob die unendlich spawnen Mir scheint es fast noch unendlich, ne? Hey! Oder auch nicht Nichts mehr nehmen, alles klar So Okay Bin ich jetzt eigentlich schon auf Ebene 9? Ich weiß es gerade gar nicht Ehrlich gesagt Bisschen bescheißen Geht schon Boah, das macht einen ja ganz killig So So